So, ich fange schon mal an. Drei, zwei, drei. Nein, warte doch mal. Eins. Jo Leute, was geht her? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Hast du den Ernst? Tobi, wir fangen das Video jetzt an. Leute, die neue Sniper ist quasi vorgestern rausgekommen. Also eigentlich gestern, aber das Video kommt morgen, deshalb eigentlich vorgestern. Wir gucken erstmal ganz kurz in den Shop. Magnus, habe ich schon, sehr schön, habe ich schon alles. Regenbogenbomba ist auch wieder im Shop. Und die Gefahrenagentin, die sieht sehr seltsam aus. Tobi und ich werden in der Spielwiese gemeinsam ein kleines, aber feines Video aufnehmen. Nein, die haben 50-50 rausgenommen. Jetzt gibt es nur noch Höhenbattle. Aber gut, meine Freunde, das wisst ihr wahrscheinlich alles schon, denn ihr werdet das wahrscheinlich schon alles gespielt haben. Für mich ist es das erste Mal, weil ich gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen bin. Tobi und ich haben jetzt überlegt, wir werden ein kleines Sniper-Battle mit der Heavy-Sniper machen, meine Freunde. Und da das Ding ja durch Wände böllern kann, dachte ich mir, ob man damit nicht eventuell einen kleinen, aber feinen und lustigen Spielmodus einbauen kann. Mit dabei ist wieder der süße und liebenswerte Herr Ascasion. Meine Freunde sind alle, dass er dabei ist. Einen großen Applaus, bitte jetzt. Danke dafür an der Stelle und ich würde sagen, Tobi, stell dich nochmal ganz kurz vor. Was machst du so, wer bist du so und wie geht es dir? Ja, Leute, ich bin Tobi, ich bin 18, ich bin seit gut einem Jahr. Danke dafür, Tobi, das reicht jetzt auch an der Stelle. Tobi, 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 abonniert Tobi schnell, Leute. Tobi will auch YouTuber werden. Nein, ich will eigentlich nur, Tobi will YouTuber werden. Tobi will YouTuber sein jetzt. Genau, und ich bin 18 Jahre alt, kommen wir aus einem schönen Bayern hier. Geh jetzt mal bitte, kannst du nach Lazy... In der Nähe... Kannst du nach Lazy... Nicht in der Nähe, aber ein bisschen weiter weg. Kannst du nach Lazy links rausgehen, Dicker? Warum? Ja, gucken, ob dein Automat ist mit der Sniper. Wir brauchen zweimal die goldene Sniper. Finde man die nur im Automat? Ne, man findet die nicht nur im Automaten, sondern auch in Kisten. Aber die Frage ist halt, ob wir die direkt bekommen. Am besten haben wir davon nämlich drei Stück. Ja, aus einem kleinen Dorf in Bayern. Junge, du lässt mich ja nicht mal ausreden, Alter. Und wir sind ja auf so einem kleinen Feld. Also, nicht auf einem kleinen Feld, aber hier gibt es Felder, außerhalb, wie man es eigentlich aus den Filmen kennt. Internet habe ich trotzdem, 50.000er Leitungen. Es interessiert einfach niemanden, wo du herkommst. Ich besitze ein iPhone 6s. Hör jetzt auf, hier Werbung zu machen, Alter. Halt den Mund, Hobi. Es ist etwas ganz Normales, es ist etwas Natürliches. Ich mache mal eine Kiste auf und... Hab sie. Ich auch. Nein, hab sie nicht. Ich auch nicht. Warum lügen wir immer beide? Du hast gelogen. Du hast aber das erste gedacht. Du hast zuerst gelogt. Du hast gelogen. Ich habe die Läuche am Automaten mit der neuen Sniper. Alter, dann kauf dich zweimal und kommst du mir. Nein, ich kauf dich fünfmal. Ja, aber warte, du musst dich eigentlich sechsmal kaufen. Ich kauf dich fünfmal. Du musst dich eigentlich sechsmal kaufen, weil wir ihn jeweils dreimal brauchen. Warum denn? Weil das für den Spielmodus, den ich mir ausgedacht habe, wichtig ist. Nein, ist es nicht. Doch, ist es, Alter. Sag mir deinen Spielmodus. Der... Komm jetzt einfach mit sechsmal dahin. Nein. Nur weil du keine sechs Waffen tragen kannst, das ist keine Ausrede. Und zwar spielen wir beide so ein bisschen Schiffe versenken mit der neuen Sniper. Ich habe da schon einen ganz kleinen Plan im Kopf und will das Ganze nochmal mit der Granate machen. Da gibt es nämlich auch ein lustiges Spiel zu. Das kann ich dir aber später präsentieren, wenn es dann soweit ist. Ich würde sagen, du kommst erstmal zu mir und wir haben gemeinsam eine richtig geile Zeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. A-fünf, A-fünf, Schiffe versenken. Hör auf, bitte, 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 hör auf. Aus dem schönen Bayern, idyllisch, habe ich ein kleines Dor... Eins, zwei, so, geh mal her, das Ding hier. Nein, du bist meins. Ich habe mir nur zwei mitgenommen für mich. Tobi? Ja, was ist? Das ist mein Name. Das ist ja ganz schön gemein. Tja, du kennst mich. Bin gemein. Du kriegst zwei Stück, ja, weil ich habe nur fünf. Dann habe ich drei. So, schauen wir erstmal, macht es das Ding hier nicht los? Äh, alles klar, Dicker. Nein, du voll... Tobi, Mann, warum? Du dämlicher Volltrottel, Alter. Warum machst du das denn? Tobias, das muss nicht dein. Wir spielen jetzt eine Runde Spleef, mein Freund. Kennst du noch Spleef von Minecraft, Dicker? Alter, das ist nicht das Schaufel, dann muss er unten den Boden wegmachen. Genau, und das machen wir jetzt mit der Heavy Sniper, weil die ja den Boden one-hitted, Dicker. Da dachte ich mir, dass wir uns jetzt gegenseitig mal ein bisschen runterschießen können. Wer runterfällt, ist tot, und wer tot ist, ist runtergefallen. Ganz einfach. 1-0 für mich. Alter, soll ich die Scheiß regeln? Wie, das hat doch nicht wahrgenommen. 1-0. 1-0. Okay, ich baue jetzt hier eine Fläche. Ja, aber baue dich genauso symmetrisch, wie ich es da auch gebaut habe. Ich baue die einfach noch bei einer Linie hier. Ja, mach das doch, Tobias. Oh, ja, genau. So, Leute. Auf geht's mit Heavy Sniper's Bleef, Leute. Wir gehen oben in die Arena, machen das Loch dicht. Bitte, an die Spieler in die Arena begeben, an die Spieler in die Arena begeben. Alter, hast du das gerade gehört? Ja, das war eine echt ganz tolle Durchsage, ehrlich. Jeder in einer Ecke, Tobi, und dann wird eine Runde gesbleef, meine Freunde, mit der Heavy Sniper. Auf geht's. 3, 2, 1 und los. Au, wieso schießt ihr es kaputt? Ach so, I'm sorry. Nein, 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 nein. Ich habe gerade erst anvisiert, du Pennergesicht, Alter. Dicker, ich habe nichts gesehen. Hast du einfach random drauf geschossen? Vor allem auf den Winkel, ja, ich habe nichts gesehen. Man erkennt es wirklich nicht so gut, ne? Nee. Alter, 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 man. Das lassen wir aber jetzt offen, ne? Das hat geklingelt bei mir, warte. Okay, ja. Das können wir vielleicht drin lassen, Thomas, dass wir einfach ganz kurz das reinscheißen, dass ich der Beste von uns beiden bin. Ich bin der Beste von uns beiden, so. Perfekt. Gut, Pennerges, ich würde sagen, Runde Nummer 2 geht los. Das ist auf jeden Fall echt ein bisschen nervig, Dicker, mit den Waffen. Das ist ja dann immer am Boden liegen, aber muss man mit klarkommen, ne? Ich würde sagen, es geht direkt direkt los. Man könnte eigentlich ein Jumphead unten hinbauen. Direkt los. Was? Direkt los geht's. Chill doch. Ich habe nicht beide Waffen geladen, das ist unfair. Oh. Oh. Was? Wie hast du das denn gesagt? Nein. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ich auch. Ich habe überlebt, 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 ich habe überlebt. Oh, ich habe die Bühne kaputt geschossen. Hey, das ist ein Zuschauer, hör auf. Ich bin 60. Ey, Dicker, das ist unfair. Dich da in der Mitte von einem Kreuzzug, ne, 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 ne. Dicker, wir bleiben nicht stehen, mein Freund, ja? Oh. Oh, shit. Du machst deine eigenen Sachen bei dir vor den Griff. Ja, ich hab's gesehen. Dicker, Nosekop ist, oh, ist echt schwierig, wenn man weit weg ist. Boah. Wieder die Bühne. Hörst du auf jetzt? Komm, hilf mich, hilf mich, hilf mich, hilf mich und zack. Hu. Alter, das war echt knapp. Hä, Dicker. Nein. Digger. 3 zu 0 schon, Alter. Bis wann, bis was spielen wir? Bis 10, okay? Bis 10, okay, Alter. Bis 10, okay. Bis 10, okay. Bis 10, okay. Okay. So, Tobi, are you ready? Let's go. Alter, was war's für ein lucky shot, Mann. Was war's für ein lucky shot? Gotcha, Bro. Alter, okay. Okay, du wirst sehen, du brauchst nicht glauben, dass es hier Spaß ist von mir. Das ist Spaß von mir. Wenn ihr wollt, dass wir sowas mal machen, ihr alle als Live-Zuschauer dabei seid mit einem Kasten-Server. Alter, Alter. Wie geil wäre das denn? Aber es wird nicht immer funktionieren, weil alle Leute scheiße bauen. Es wird nicht immer funktionieren, weil alle Leute scheiße bauen. Tobi, kommst du bitte hier hoch? So, jetzt macht dich ready. Wenn ich oben bin, geht's gleich los. Passare. Alter, vor allem wenn man mehr Dinger kaputt schießt, guck mal, da bricht alles zusammen dann. Hallo, nicht auf die Tribüne. Ich bin nicht auf der Tribüne. Nein. Ich bin kein Zuschauer, ich bin Spieler. Okay, guck mal, dann kann ich jetzt auch hier stehen bleiben. Alter, voll daneben geschossen. Oh, ich war selber runtergeschossen. Überlebt. Überlebt. Nein, überlebt. Nein, jedes runterfallen ist 4-1. Nein. 4-1, Junge. Nee, Alter. Es geht bis 10, Digger, und es sind immer weniger Felder jetzt. Ja, das ist ja das Schwierige an der Sache, Alter. Okay, 4-1, aber ich habe überlebt. Und du nicht. Ich habe aber voll wenig Munition nur noch. Selber schuld, ich habe 117. Kann ich was abhaben? Ja, komm, hol sie dir. Boah, du kleiner... Ey! Ey! Kollege! Wir haben mal nicht gemeldet hier. Chill doch. Digger, oh, das ist direkt unter dir kaputt gegangen, Junge. Ich weiß nicht, wie du das dodgen konntest. Guck mal, hier ist es jetzt voll risky. Weil hier kann in jedem Moment alles kaputt... Ich gehe auch noch nach links, Alter. Du bist ein Dummkopf. Ey, ich habe gewonnen, Dummkopf. Ich esse 4-2. Ja, für mich. Weil ich das Feld gut drauf habe, wo Punkte getauscht werden. Wollen wir echt bis 10? Ist es nicht ein bisschen viel? Ja, okay, bis 7. Okay, jetzt komm. Oh, ich habe eine Schlüssel kaputt geschossen. Boah, Alter, hast du ein Glück. Hast du ein Glück, Junge? Das ist nicht nur schlecht, dass ich halbbar bin. Der war knappi. Ich bin hier gefahren. Ich müsste hier schön langsam mit mir mal einen Plan entwickeln. Okay, halt auf. Nein! Ja! Zählt! Nee! Das zählt jetzt, Digger. Das zählt, Tobi. Ist ja auch schuld. Ja, klar, klar. Das zählt. Boah, was? Was? Warte, der war immer mega stark. Oh, der ging immer komplett schief. Bei dir aber auch, oder? Nee, ich meine noch meinen. Digger, verrückt das. Ich bin genau reingesprungen einfach. Das ist unfair, du cheater. Das ist fair. Nein. Okay, es steht 5-3, ja? Tobi, wir sind gleich komplett separiert voneinander, ne? Ich weiß. Alter, guck mal, wie viele hier auf einmal kaputt sind. Mach hier alles kaputt. Boah, hast du ein Glück, Alter. Was für Glück? Oh, was? Was, Digger? Was war das für ein Step? Nee, Alter. Hör auf, ihn wieder zu mobben. Boah, was, Digger? Okay, das war echt knapp, Alter. Nein. Yes, Digger, nice, Junge, nice, nice, nice. Nice, Mann. 5-4. 5-4, okay, bis 7, bis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter. Ich bin oben. Nein. Spass. War ein Break. Das zählt. Alter. Tja, Tobi. 6-5, mein Freund. 5-5. 5-5. Glück doch nicht. Ich bin oben. Du, da, geh doch mal von der Tribüne weg. Ich geh nicht von der Tribüne weg, ich bin Zuschauer. Nein! Zählt nicht, ich hab überlebt. Doch, es zählt. Hab überlebt. Hab überlebt. Das war wieder, das war so unnötig. Nein! Aber du hast gesagt, es zählt uns nicht. Das war unnötig. Wieso klatsch die ganze Zeit? Weil ich, weil ich glücklich bin. Wenn du kennst, ich bin glücklich, klatsch die Hände. Oh, keine Ahnung von den beiden. Hä? Sag ich mal nein. Der macht nur 200 Schaden auf einem Airdrop-Ballon? Ballon oder Ballon? Ballon, hab ich gesagt. Ballon heißt es. Das heißt nicht Ballon. Das heißt aber auch nicht Ballon. Doch. Das heißt doch nicht Ballon, Alter. Bist du dumm? Ballon. Nicht Ballon. Ballon doch nicht. Da ist doch kein G dahinter. Ja, aber man spricht das so aus. Nein. Ballon. YouTube. Ich schau jetzt den besten, wie man Ballon ausspricht. Junge, schieß doch, du Opfer. Nee, ich gucke auf YouTube. How to pronounce Ballon. Was denn? Digga, bist du dumm? Oh, das war unfair, das war unfair. Tobi, hörst du jetzt auf zu cheaten hier? Du machst die ganze Zeit unfair. Auf Englisch. Ballon? Das heißt Ballon. Ja, sag ich doch. Ballon. Hast du wohl... Du hast Ballon gesagt. Nein. Ich hab nur noch 30 Schuss. Wie viele Schuss hast du? 20. Gib mir das Hälfte. Wow. Ja, komm doch rein, du Opfer. Ja, ich schirr. Ich laufe da. Nein. 6-6, mein Freund. Wir sind Freunde, wirklich. Macht euch keine Sorgen. Tobi. Wir stehen beide jetzt 6-6, mein Freund. Und es geht bis 7. Ich bin oben. Okay, komm. Komm, ja. Nein. Hey, was? Hey, wie hast du das überlebt? Ja. Was ist das jetzt? Wir sind beide runtergefallen. Was ist das jetzt? Es ist unentschieden. Oh, Junge. So, ich schufe zu meinem Arm. Das ist auch, Herr Sebastian. Sie haben meinen Sohn Tobias angemacht. Tobi, deine Mutter klingt wirklich, als müsste sie zum Arzt. Wollen Sie mich jetzt dumm anmachen? Nee, aber es klingt doch wirklich so, als hätten sie... Ja, Leute. Unentschieden. Ey, Junge. Nee, Alter. Will ich nicht haben. Nee, will ich nicht haben. Ganz einfach, Leute. Guck mal, wie die Arena sich jetzt auflöst wegen dir. Das hast du jetzt davon. Ich schieße noch eins kaputt. Gut. Leute, das war's von diesem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das hier seht. Das ist eine sehr schwierige Situation. Ja, es haten mich wieder alle. Nein, ich glaube, mich haten alle. Hated bitte keinen. Seid nett. Tschüss. Lasst einen Daumen nach oben. Dann abonniert alle Restations. Was? Macht's gut. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.